Ja, ich bin's wieder. Der Typ, der zu oft über Jurassic World meckert. Ich hab's in den Kommentaren gelesen, ich hab's vermerkt und irgendwie muss ich sagen, es nervt mich manchmal sogar schon selber, dass ich, sobald ich Jurassic World höre, automatisch in so einen blöden Rage-Modus gehe. Ich hab mir nämlich auch überlegt, Moment, wie waren eigentlich so die Erfahrungen im Kino für mich mit Jurassic World? Und ich muss wirklich sagen, dass ich gerade mit dem ersten Film im Kino unfassbar viel Spaß hatte. Bei Teil 2 war ich dann sehr interessiert, kam dann ein bisschen fragend aus dem Kino raus. Bei Jurassic World Dominion, da kennt ihr ja die Antwort, das war für mich eher eine Enttäuschung gewesen. Aber auch hier gab's bestimmte Szenen, die mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht haben. Deswegen hab ich mir gesagt, komm, heute schieben wir mal den Mecker-Tobi zur Seite, zeigen ihm einfach den Finger und besprechen mal, welche drei Szenen, meine Top-3-Szenen aus allen drei Filmen. Das heißt, drei Szenen aus Jurassic World 1, drei Szenen aus Jurassic World 3 und für dich, Spooky, auch drei Szenen aus Jurassic World Dominion, die ich eigentlich wirklich ziemlich geil finde. In diesem Fall würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, legen wir los mit dem Video, auf geht's! Bevor wir jetzt anfangen, ich hab eben gerade von drei Szenen pro Film gesprochen. Es kann sein, dass ich auch hier über Ideen sprechen werde, die ich gut finde. Einfach drei Dinge, die ich pro Film irgendwie ganz cool finde. Wir beginnen mal mit Jurassic World 1. Natürlich, das offensichtlichste, ey, es ist Fanservice, es ist wirklich nur dafür da, um den Leuten zu sagen, ja man, ihr wolltet doch schon alle einen offenen Jurassic Park sehen. Wer von euch wollte nicht spätestens, nachdem das Spiel Jurassic Park Operation Genesis erschienen ist, auch im Film auf der großen Leinwand einen offenen Jurassic Park sehen? Ich meine, sogar die Marketingkampagne von Jurassic World hat damit begonnen, the park is open und ja, der Park hier war offen und es war doch schon ziemlich geil. Ich muss sagen, dass mir der Park generell auf der großen Leinwand ein bisschen zu klein vorkam. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, dass ich damals im Kino mir wirklich gedacht habe, okay, haben wir jetzt hier wirklich nur diese eine Straße durch und dann links und rechts so ein paar Attraktionen und das war's? Durch Jurassic World Camp Cretaceous wissen wir aber dann spätestens, wenn wir es noch nicht vorher gewusst haben, nö, der Park ist wirklich gigantisch groß und auch ziemlich cool umgesetzt. Zum Teil haben wir hier sogar Verneigung an das offizielle Buch von Michael Crichton von Jurassic Park. Tatsächlich sehen wir ja relativ zentral im Jurassic World Park das Besucherzentrum, das aussieht wie eine gläserne Pyramide. Ja, so ähnlich ist das Besucherzentrum übrigens auch in Jurassic Park 1 im Roman beschrieben. Das heißt, das hier ist nur eine von vielen Verneigungen an das Buch. Kommen wir gleich zu Punkt Nummer 2, den Dominus Rex. Was soll ich sagen, als ich damals erfahren habe, wir bekommen einen Dino-Hybriden, da war ich ganz hellörig. Und ich habe mir zusammen mit meinem damaligen besten Kollegen sehr viele Gedanken drüber gemacht, was kann das jetzt für ein Tier sein? Und dann kamen die ersten Details raus. Wir haben hier ein Gemisch aus Tyrannosaurus Rex, Velociraptor und Oktopus. Ja, bei dem Oktopus, da bin ich stutzig geworden. Es gab Konzeptzeichnungen von Fans, ich hoffe, ich finde sie noch und kann sie hier einblenden, die sich auch Gedanken darüber gemacht haben, ob diesen neuen Dinosaurier jetzt wirklich irgendwelche achtarmigen Tentakel aus dem Gesicht rauswachsen würden. Es gab sogar die eine Szene im Trailer, wo wir gesehen haben, wie eine Person nach hinten in die Kamera weggezogen wurde. Und sehr viele Theorien haben damals gesagt, das wird auf jeden Fall eine Szene sein, wo so ein Tentakel aus diesem Monster rauskommt und den Menschen packt und eben wieder zurückzieht. Ich war recht schnell äußerst skeptisch, was den Indominus Rex angeht. Und dann haben wir ihn irgendwann gesehen. Und ich muss sagen, das Design von Indominus Rex hat mich sehr zufriedengestellt. Ebenfalls auch die Fähigkeiten dieses Hybriden, die einfach nicht überzogen sind. Ich verstehe, warum manche Leute da draußen Probleme mit dem Scorpius Rex haben, der vielleicht mitunter der coolste oder zumindest interessanteste Hybrid ist. Aber ich kann das komplett nachvollziehen. Der Indominus Rex hat diese Probleme nicht. Sogar die Fähigkeit, sich zu tarnen, wird im Film so ultra dezent benutzt, dass sie einfach besonders wirkt. Ich meine, diese eine Szene, wo der Indominus Rex dann wirklich auch im Wald steht und die Kamera geht hoch und das Blut tropft auf die Uhr von dem einen Soldaten. Und wir hocken doch inzwischen einfach alle da und gucken in den Wald und decken uns, ah, jetzt sehe ich ihn, jetzt kann ich ihn sehen. Das sieht einfach unfassbar cool und organisch aus, wie er dann langsam seine normale Farbe wieder annimmt und dann eben auf die Soldaten losgeht. Und hier kommen wir wieder zu so einem Punkt, den ich ja so gerne habe. Dieses dezente, das dezente Benutzen von solchen speziellen Dingen. Hätte der Indominus Rex jetzt permanent im Film sich unsichtbar und wieder sichtbar gemacht, wäre die Szene gar nicht mal so cool. Und wahrscheinlich auch nicht auf meiner Liste der Top 3 Dinge aus Jurassic World 1. Aber ich muss wirklich sagen, der Indominus Rex selber und auch die Idee mit dem Tarnen und wie er umgesetzt wurde mit dem Augenzwinker noch, ja, das hier ist eine Verneigung an The Lost World Jurassic Park 2, den Roman, in welchem wir die Kanu Taurus haben, die sich ebenfalls tarnen können. Das finde ich schon ziemlich cool und das kann man Jurassic World einfach nicht nehmen. Diese, diesen wirklichen Respekt vor dem, vor dem Buch und ebenfalls auch vor dem gesamten Projekt Jurassic Park an sich. Nummer 3 der coolsten Dinge an Jurassic World 1 ist für mich, ey, eine Sache, die ebenfalls damals schon ultra kontrovers aufgenommen wurde. Und eine Sache, wo ihr euch wahrscheinlich auch gleich denkt, Moment, das kritisierst du doch in jedem deiner Videos. Sobald du den Mund aufmachst, kritisierst du doch genau das. Die Velociraptoren in Jurassic World 1 fand ich super. Ich fand die Idee geil, dass wir jetzt mit den Tieren umgehen wie mit Tieren. Natürlich ist es sehr interessant mal herauszufinden, ob man Velociraptoren trisieren könnte. Und das Interessante daran ist, dass wir ja schon eine ähnliche, ein Foreshadowing auf das Ganze in Jurassic Park 3 bekommen haben, wo Dr. Alan Grant dann versucht, mit den Raptoren Kontakt aufzunehmen durch diese Resonanzkammer. Und das wird jetzt hier in Jurassic World fortgesetzt. Ich mochte die Art und Weise, wie die Raptoren auf Owen regieren. Nämlich keinerweise wie, naja, extrem freundliche, verdesnifizierte, lustige Figuren. Nein, wie wirkliche Tiere. Ich meine, wir sehen sogar, wie angespannt Owen dann später in das Gehege reinläuft. Und hier war dieser Move übrigens noch gar nicht mal blöd. Der war noch relativ cool, der war noch authentisch. Denn die Tiere wurden darauf abgerichtet. Sie kannten diese Bewegung von Owen. Ich meine, er macht sie ja sogar ganz am Anfang, wo er dann auf dieser einen Anhöhe steht und ebenfalls diesen Move da macht mit seinem Klicker. Das macht Sinn, dass die Bewegung hier für diese Raptoren einfach eine Bedeutung hat. Ebenfalls sehen wir auch noch später, dass diese Raptoren Tiere sind. Eben und keine coolen Buddies. Denn sie werden vom Indominus Rex nicht wirklich umgeswitcht, sondern sie haben jetzt einfach einen neuen Alpha. Einen neuen Rudelführer. Ein stärkeres Tier, ein mächtigeres Tier. Und so wie es auch im Tierreich passiert, wird dann der Stärkere eher als Alpha angesehen. Die ganze Geschichte switcht dann später zwar wieder so ein bisschen um, wenn dann Owen Blue von der Kamera und von diesem Tracker befreit. Und dann sind die Raptoren wieder auf seiner Seite. Das ist halt von der Story her auch eine ganz coole Sache. Das hat sich auf jeden Fall damals noch nicht so angefühlt, wie es dann in den späteren Filmen passiert ist. Mit diesem, Blue tötet nur die Bösen und ist eigentlich total nett. Und man kann eigentlich auch mit Blue auf der Couch sitzen und was weiß ich, einen Tee trinken. Die Idee von Jurassic World 1 und die Umsetzung hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, muss ich sagen, finde ich ultra geil. Kommen wir zu Jurassic World Fallen Kingdom. Auch hier gibt es natürlich ein paar Szenen, die wir besprechen müssen, die mir sehr gut gefallen haben. Eine Szene können wir relativ schnell abarbeiten. Natürlich ist der gesamte Anfang, die Intro-Sequenz von Jurassic World Fallen Kingdom, für jemanden wie mich optimal. Für jemanden, der in den 90ern irgendwann stark hängen geblieben ist und deswegen alles, was Jurassic Park ist, einfach nur vergöttert wie ein kleiner Dino-Freak. Diese Szene ist Jurassic Park in kompletter Gänze. Die Art und Weise, wie hier mit den Dinosauriern gespielt wird, mit dem Auftritt vom Mosasaurus, dem Schatten, den man erst über dem U-Boot sieht und danach das große Maul, das sich da hinten dran öffnet, der T-Rex, der aus der Silhouette heraus erscheint und nur vom Blitz enthüllt wird. Das ist einfach alles genau das, was ich von so einem Dino-Film sehen will. Dass der Film diesen Ton nicht gehalten hat, darüber müssen wir nicht sprechen. Allerdings war das nicht die einzige Szene, die mir an Jurassic World Fallen Kingdom gefallen hat. Nur als Zwischending ganz kurz, ich bleibe weiterhin dabei, dass ich den Vulkanausbruch auf der Isla Nubla extrem blöde finde. Ich finde, der ist zu viel. Ich finde, der ist zu krass bumm bumm. Ich finde, das ist so ein Michael Bay Ding. Also hätte Michael Bay den Film gemacht, hätte ich auch gesagt, ja, ja, das ist so eine Michael Bay Szene gewesen. Was ich allerdings inzwischen für eine Szene wirklich gern gewonnen habe, ist eine Sache, auf die musstet ihr mich aufmerksam machen. Ja, eine Sache, die wurde auch oft kritisiert wahrscheinlich kann man die auch kritisieren. Das Auftreten des T-Rex, der dann wieder als Retter in der Not ins Gefecht tritt und Owen vor dem bösen Kanu Taurus rettet, während dann im Hintergrund der Vulkan in die Luft fliegt und der T-Rex brüllt noch einmal ikonisch, ey, ob wir uns jetzt darüber streiten sollten, dass das Tier retten da so nicht gemacht, die werden eigentlich weggerannt oder ob andere Leute sagen, nö, nö, die Schockwelle kam ja erst später und erst danach weggerannt. Lass das mal alles komplett sein. Die Szene an sich ist dafür da, um etwas Filmisches darzustellen. Ist sie überzogen? Ja. Ist sie einfach nur aufgepumpt episch? Ja. Und ich meine, ist der T-Rex jetzt hier wieder so der Deus Ex Machina, der einfach aus dem Nichts auftaucht und den hat auch keiner vorher übrigens gesehen, wie er aufgetaucht ist und erneut einen Dinosaurier schnappt, der eigentlich gerade die Helden da angreifen will. Ja. Aber mal ganz ehrlich, im Kino haben wir uns alle gedacht, okay, finde ich schon ganz geil. Und je öfter ich diese Szene sehe, umso mehr akzeptiere ich sie auch. Ich meine, ihr wisst ja auch, dass ich lange Zeit jemand gewesen bin, der diese Szene extrem kritisiert hat, weil unrealistisch, ich habe das so ein bisschen abgelegt. Die Szene sieht einfach geil aus, genau das soll sie auch machen. Ey, was soll ich sagen? Hier ist auf jeden Fall das Ziel erfüllt, das ich hier vorgenommen wurde. Und mal ganz ehrlich, alle einfach mal so eine Eins in die Kommentarleiste unten reinschreiben. Wer genau dieses Bild von Rexy schon mal als Desktop-Hintergrund auf Handy, Tablet oder PC hatte, seid ganz ehrlich, denn ich tatsächlich auch. Sache Nummer 3, die mir an Jurassic World Fallen Kingdom sehr gut gefallen hat, ist eine Sache, die dann leider in Jurassic World Dominion wieder verworfen wurde. Darüber sprechen wir jetzt hier nicht, ihr werdet aber wissen, worauf ich hinaus will. Irland-Marcams-Auftauchen hat mir sehr gut gefallen in Jurassic World Fallen Kingdom. Ich meine, wurde damit geworben, dass Jeff Goldblum Teil von Jurassic World 2 ist? Ja, ja, ja. Wurde davon gesprochen, dass Ian Malcolm nur ganz kurz auftaucht? Das sind 5 Minuten im Film. Nein, natürlich nicht. Ian Malcolm, Jeff Goldblum wurde als Marketingfigur genommen, der sogar zum Teil auf Postern zu sehen war, damit Leute ins Kino rennen. Das kann man der gesamten Marketinggruppe vorwerfen, das können wir Universal vorwerfen. Ich meine, wir haben schon über das Thema Jurassic World Dominion gesprochen, auch hier war die Marketingkampagne ein reiner Griff ins Klo gewesen. Dem Film selber sollten wir sowas allerdings nicht vorwerfen und ich mag diesen dezenten Auftritt. Ich hätte das in der Form wesentlich lieber gehabt, auch in Jurassic World Dominion, mit Ellie Settler und Alan Grant, anstatt die drei jetzt nochmal irgendwie so zwanghaft in eine Hauptrolle zu pressen. Ian Malcolm sieht hier wirklich sichtlich gealtert aus. Ich muss sagen, alle drei von den Figuren übrigens, Ian Malcolm, Ellie Settler und auch Alan Grant, sind wirklich gut gealtert. Mir gefällt die Nummer mit dem dichten Bart von Ian Malcolm und auch die Art und Weise, wie er hier rüberkommt. Dieser Ian Malcolm in Jurassic World 2 ist der Ian Malcolm, den wir mit Jurassic Park 2, mit The Lost World verlassen haben. Dieser Mann hockt immer noch hier und warnt uns davor. Mit einer Gelassenheit, weil er scheinbar nicht mehr die Kraft dazu hat, immer wieder zu wiederholen, dass wir alles denselben Fehler machen. Er geht sogar darauf ein, Atomwaffen, Biotechnologie. Er warnt sogar zum Schluss nochmal davor, dass wir auf gar keinen Fall jetzt Halt machen werden, weil wir Dinosaurier erschaffen können. Diesen Ian Malcolm, den habe ich wirklich gerne gehabt. Ich fand es schade, dass sie dann in Jurassic World Dominion wieder so aus zwangenen Kasper aus ihm machen mussten. Aber darum geht es jetzt hier auch nicht in dem Video. Ian Malcolm aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom fand ich super cool. Kommen wir jetzt zu Jurassic World Dominion, dem gebranntmarkten Kind, bei dem sich ja wirklich dann schon bei Fans die Haare kräuseln, wenn ihr noch Haare habt, nicht so wie ich, dann könnt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr hören, wenn der Tobi da draußen Jurassic World Dominion in den Mund nimmt. In diesem Fall hier aber habe ich ein paar sehr positive Worte zum Film zu sagen. Zum einen das Intro. Das Intro ist genial, auf mehreren Ebenen. Ich rede hier vom Intro, das wir in Kino leider nicht gesehen haben, aber in der Extended Variante, die man sich auch anschauen sollte. Also wenn ihr den Film guckt, auf jeden Fall in der Extended Version. Denn da bekommen wir einen 5 Minuten Prolog, der uns zeigt, wie Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren gelebt haben. Ich habe das schon mal in einem anderen Video angesprochen, dass ich an den heutigen Filmen nicht mag, dass immer alles ausgesprochen werden muss. Als würde der Film sagen, du als Zuschauer bist sonst zu blöd, es zu verstehen. Ich muss es dir sagen. Es gibt so eine geheime Regel im Movie Making, im Filmmachen, die nennt sich Show, don't tell, zeig's mir. Wenn's möglich ist, zeig's mir und erzähl mir nicht immer alles plump. Expositionsarme Filme, die uns trotz allem viel zeigen, das will man eigentlich wirklich sehen. Ja, was soll ich sagen? Jurassic World Dominion macht bei aller Kritik, die der Film abbekommen hat, genau das zu Beginn des Films. Was meine ich damit? Wir sehen unter anderem ein paar Dinosaurier, die in ihrer freien Wildbahn leben. Hier kann man jetzt wieder ankreiden, ja, aber der hätte gar nicht in derselben Zeit wie der leben dürfen. Pustekuchen ist egal, im Jurassic Universum geht das eben. Wir sehen dann irgendwann einen Tyrannosaurus Rex gegen einen Giganotosaurus kämpfen. Hier ist damals jedem von uns aufgefallen, dass der T-Rex plötzlich Federn hat oder zumindest Haare, also ein Fell. Und das ist unfassbar clever gewesen, denn in Jurassic Park 1 wurden uns sämtliche Dinosaurier noch als relativ akkurat verkauft. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass diese ganze, sie hatten wahrscheinlich Federn oder eben eine Art von Fell gehabt, Theorie, die kam erst nach Jurassic Park 1 auf. Damit man trotz allem versucht, den Film jetzt irgendwie ein bisschen schlüssiger zu machen, hat man sich dazu entschieden zu sagen, ja, wir zeigen einfach jetzt im Anfangsprolog von Jurassic World Dominion, die Saurier hatten damals tatsächlich Fell oder eben Federn gehabt, erklären dann später nochmal im Biosyn Valley, dass hier hundertprozentige Dinosaurier erschaffen werden, wo wir dann einen T-Rexinosaurus sehen, der ebenfalls so ein Fell hat, und auch einen Pyroraptor, der ebenfalls Federn hat. Und das ist eben sehr clever, denn hier wird uns, ohne es wirklich auszusprechen, von vornherein gesagt, ja, ja, die Saurier, die wir kennen aus Jurassic Park, sehen eben anders aus, als sie früher wirklich waren in dem Jurassic-Universum, weil sie genmanipuliert sind und eben nicht hundertprozentig und nicht hundertprozentig DNS hatten. Was uns hier ein John Hammond ebenfalls schon am Anfang von Jurassic Park 1 erklärt hat. Das fand ich eine sehr coole Sache und ich mag diese Szene sehr, dass man hier einfach auch vom Zuschauer mal abverlangt, hier kannst du es gerade verstehen. Hier zeigen wir dir jetzt wirklich eine Auflösung auf die Frage, warum sind die Saurier in Jurassic Park eigentlich so nackt, in Anführungszeichen, obwohl wir heute wissen oder davon ausgehen, dass es anders wäre. Hat mir sehr gut gefallen, fand ich eine sehr schöne Sache. Punkt Nummer zwei, die ich an Jurassic World Dominion mag, ja, die Heuschrecken. Nicht erschrecken, ich meine hier nicht die Umsetzung der Heuschrecken, ich meine hier bloß die Grundidee, das mit einzuführen. Weil auch das ist tatsächlich eine Verneigung an die offiziellen Romane von Michael Crichton, der bereits im allerersten Buch auf den ersten zehn Seiten davon geschrieben hat, dass die Menschen Biotechnologie für solchen Quatsch benutzen, wie zum Beispiel Fische zu züchten, die heller sind, damit Angler die besser sehen, wenn es dunkel ist. Oder dass Menschen sich bestimmte Hautzellen implantieren können, die nach ihrem Lieblingsparfum riechen. Ian Malcolm geht dann im Verlaufe dieses Buches auch darauf ein, dass diese ganze Gentechnologie doch auf jeden Fall auch dafür benutzt werden kann, um damit schabernackt zu treiben, also quasi kriminelle Machenschaften. Er erwähnt es ja sogar noch mal in Jurassic World 2 im Film, in der Szene, in der wir kurz zuvor gesprochen haben, in der Ian Malcolm eben auch sagt, naja, dieses ganze Chaos hier wird nicht mit der Wiedererschaffung von Dinosauriern aufhören. Und genau das sehen wir jetzt hier in Jurassic World Dominion. Die Heuschrecken zeigen uns genau diesen Missbrauch eines Riesenkonzerns, in dem Fall eben Biosyn. Und die Idee dahinter finde ich wirklich gut. Wie gesagt, die Umsetzung, ja, ich habe da schon mal in einem Video ausführlich drüber gesprochen, das habe ich dir mal da oben verlinkt. Ein ausführliches Jurassic World Video, wo ich glaube ich aber auch sehr fair mit dem Film umgehe. Schau es dir einfach mal an. Da habe ich glaube ich dann mehr darüber gesagt, was meine Meinung zu den Heuschreckenen ist. Aber kurz gesagt, die Idee finde ich einfach wirklich genial, uns das noch mal zu zeigen, dass jetzt alles eintrifft, bevor Ian Malcolm, Alan Grant den Ali Settler schon in Jurassic Park 1 gewarnt haben. Und Nummer 3 meiner Lieblingsmomente, meiner Lieblingsszenen aus Jurassic World Dominion, die Territinosaurus-Szene. Diese Szene, ich müsste wirklich mal ein Top 10 Ranking machen, meiner Lieblingsszenen, der besten Szenen aus allen sechs Jurassic Filmen. Ich glaube, ich kann es noch nicht versprechen, aber ich glaube, dass die Szene mit dabei wäre. Die Territinosaurus-Szene würde gar nicht mal so schlecht abschneiden, bin ich der Meinung. Die Idee mit einem blinden Dinosaurier, in diesem Fall auch einem Pflanzenfresser, den wir so noch nie gesehen haben, ist einfach nur genial. Dieses Tier wirft uns am Anfang so viele Fragen auf, auch durch sein kurioses Design mit den langen, scheren Händen. Und naja, für viele ist eben genau das mal was Neues gewesen. Ein blinder Territinosaurus, also ein blinder Pflanzenfresser, der uns hier ebenfalls als etwas eingeführt wird, das sein Revier verteidigen will. Ebenfalls durch das Show-Don't-Tell-Prinzip. Wir sehen einfach, wie der Territinosaurus blind, was war es denn gewesen, ein Reh, glaube ich, einfach mal gegen die Wand schlägt, um eben, naja, dann da zu fressen, wo eben gerade das Tier gefressen hat. Und es wird hier einfach gezeigt, dass der Territinosaurus ebenfalls sehr territorial ist, ohne es wieder in die Kamera zu sprechen. Also dafür auch nochmal einen dicken, dicken Daumen nach oben. Und die Szene an sich, auch mit Claire, ist wirklich spannend gemacht. Wenn wir sehen, wie Claire langsam vor dem Territinosaurus davonrubbt und der kommt immer näher und wir decken uns, okay, was macht sie jetzt? Das haben sie leider schon im Trailer ein bisschen verheizt, denn da haben wir ja gesehen, dass sie jetzt eben untertaucht. Aber auch da habe ich mir im Kino dann gedacht, okay, wenn das Vieh aber jetzt nicht abhaut, dann ertrinkt sie ja da einfach. Die Szene kommt natürlich nicht an den T-Rex-Outbreak von Jurassic Park 1 ran, bei weitem nicht. Aber ich habe so minimale Flares von damals gehabt, weil ich mir da auch gedacht habe, was passiert jetzt? Wie kommt ihr da wieder raus? Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und jetzt bist du an der Reihe, mir in die Kommentare unten reinzuschreiben, was deine drei Lieblingsmomente aus dem gesamten Jurassic Franchise sind. Ich freue mich drauf zu lesen. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.